Aber man muss ehrlich sein, ich meine, man bleibt ja nicht einmal zuhause von den Idioten verschont, ne, zum Beispiel im Fernsehen. Leute, die in einer Talkshow etwas sagen und sich anschließend selber applaudieren. Ich bin der Franz und bin Single. Wird er noch länger so bleiben, ne? Oder die Damen, die immer mit einem problembehafteten Blick seitwärts schauen. Butter ist in Aktion. Nie wieder einkaufen gehen müssen, diese ganzen Idioten nicht mehr treffen müssen, zum Beispiel diese Pedanten. Da gibt es Pedanten, die gehen in den Supermarkt mit den jeweils passenden Sackern. Bille zu Bille, Spar zu Spar. Na, das Sackern habe ich schon mitgebracht. Schönen. Ja, ganz schön. Ja. 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 Also. Ja. 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 Vielen Dank.